Matthäus, ich habe mal eine Frage. Starte Tourbillon oder Red Bull Arena? Red Bull Arena. Red Bull Arena oder Olympiastadion? Olympiastadion. RB Leipzig oder Hertha BSC? Hertha BSC. Sion oder Leipzig? Schwierig. Sion war mein erster Klub hier in Europa. Ich habe ein bisschen was, aber ich schwierig. Möglichst halb und halb, oder nicht? Nein. Sion. Joao Pessoa oder Rio? Joao Pessoa, direkt. Joao Pessoa, meine Staatsmannschaft. Direkt. Joao Pessoa oder Berlin? Joao Pessoa. Rio de Janeiro oder Berlin? Rio de Janeiro. Ein falsches Breyer. Portugiesisch. Deutsches Essen oder brasilianisches Essen? Brasilianisch. Was magst du am liebsten? Brasilianisches Essen? Ja. Schurrasco. Was ist das? Flasch. Profi-Debüt mit Sion oder Bundesliga-Debüt mit Leipzig? Mein Bundesliga-Debüt mit Leipzig war irgendwie Hertha 3-0 und ich mache ein Tor. Schwer. Aber ich glaube, ja, ein Debut mit Leipzig. Ronaldinho oder Marcelinho? Ronaldinho. Marcelinho ist top, aber Ronaldinho. Marcelinho oder Neymar? Neymar. Ronaldinho oder Cunha? Ronaldinho. Neymar oder Cunha? Neymar. Piontek oder Cunha? Mathe-Tee oder schwarzer Tee? Ich trinke nicht Mathe, aber schwarzer Tee. Ne, Mathe-Tee, schwarzer Tee, ist egal für mich. Tee ist egal. Linksaußen oder Mittelstürmer? Linksaußen oder Mittelstürmer? Boah, schwer. Auch egal, aber Mittelstürmer. Brasilianischer Karneval oder deutscher Karneval? Brasilianischer Karneval. Samba oder Hip-Hop? Tanzen. Samba. Samba, direkt Samba. Kannst du Samba tanzen? Ja, ein bisschen. Zeig mal. Aber es hat keinen Platz hier. Schon du? Ja, okay, ich mache ein bisschen. Guck. Aber die Kamera ist hier, nicht da. Okay. Okay. Okay, gut. Nie wieder Musik oder nie wieder Social Media? Okay. Äh. Nie wieder. Für mich wichtig ist nur WhatsApp für meine Familie. Und nie wieder mit Social Media. Aber nur mit WhatsApp bitte, für meine Familie in Brasilien. Ja. Wer ist der bessere Tänzer? Dodi oder Dedrick? Dänzer? Ja. Dedrick, Dodi. Ich glaube, das ist eine Katastrophe. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Dedrick habe ich gesehen einmal und war gut. Spielst du lieber Fußball bei 35 Grad oder 5 Grad? 35 Grad direkt. Ich mache es nicht kalt. Lieber Hackentor oder Fallrückzieher? Fallrückzieher. Dieser, dieser. Ja, ich weiß. Okay. Lieber Fallrückzieher oder Tor von der Mittellinie? Uh. Fallrückzieher. Ist auch schwer. Ja. Wer ist der bessere Elfmeterschützel? Kunja oder Pionte? Kunja. Und wer ist der bessere Torwart? Kunja oder Santi? Kunja. Das ist 100% Kunja. Einfach. Kunja oder Schwolli? Uh. Schwolli, ja. Ein bisschen mehr Schwolli. Klar. Was findest du schöner? Brünett oder blond? Boah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Braune Haare oder blonde Haare? Ah. Blonde Haare? Mhm. Ja, blonde Haare. Mega. Was ist dir wichtiger? Geld oder die wahre Liebe? True Love. Die wahre Liebe. Und das ist 100%. Und was ist dir wichtiger? Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Ich bin sehr intelligent. Wer ist der bessere Sänger? Du? Oder Santi? Ich. 100%. Nein, Santi war gut. War nicht schlecht. Sing mal was. Fällst Musik auf Deutsch? Keine Chance. Keine Chance. Spaß, Spaß. Das ist schwer. Ich weiß nicht an Musik jetzt. Das ist schwer. Samba ist mehr einfach. Danke. Sehr gut. Hast du schon mal einen Döner gegessen hier in Berlin? Döner? Kebab? Nein. Danke schön. Danke dir. Es war sehr gut. Vielen Dank.